Hallo, ich bin der Lukas und das ist mein Werkzeug. Als Fahrradmechatroniker bin ich Spezialist für Reparaturen und Wartungen von Fahrrädern aller Art. Ich tausche abgenutzte oder beschädigte Einzelteile aus, erneuere sie und überprüfe ihre Funktionstüchtigkeit. Beim Fahrradservice, das regelmäßig gemacht werden sollte, tausche ich Schaltseile, Ketten, Bremsflüssigkeiten, Schmiere, Antriebsteile und sorge dafür, dass die Räder auch nach längerem Gebrauch noch verkehrstüchtig sind. Ich überprüfe, demontiere und montiere auch beispielsweise Beleuchtungsanlagen, Bremsanlagen, Schaltungen, Dämpfer und Gabeln. Mit meiner Ausbildung kann ich auch Kunden technisch beraten. Am besten an meiner Lehrzeit gefällt mir, dass ich mein Hobby zum Beruf machen kann, dass es ein Beruf mit Zukunft ist, weil die Fahrräder immer technisch komplexer werden und ich mich super gut mit meinen Arbeitskollegen verstehe. Wenn dich du auch für Fahrräder und E-Bikes interessierst und handwerklich geschickt bist, dann bist du bei uns genau richtig. Komm schnuppern, wir freuen uns auf dich! Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020